Als ein lange gequältes Opfer zweier Monarchen ist niemand würdiger als Sie, vor der Versammlung unserer ruhmreichen Nation zu sprechen. Das Wort hat der Bürger Frédéric Trink. Bürger, Deputierte Frankreichs, Willkür und Herrschsucht haben mein Leben zerstört wie das der Völker. Auf der Revolution ruht meine Zuversicht wie die der Völker. Aber, Bürger, Herrschsucht, Ungerechtigkeit, Habgier, Gemeinheit, derlei Eigenschaften sind nicht auf Hochgeborene beschränkt. Sie nisten in jedem von uns und warten auf ihre Gelegenheit. Freiheit und Gleichheit, Bürger, müssen hohle Fragen bleiben ohne Gerechtigkeit. Wir sind aufgerufen, eine neue Welt zu bauen, in der der Mensch endlich, ohne Armut, ohne Unterdrückung, ohne Ungerechtigkeit, als ein Mensch unter Menschen leben kann.